hallo leute und willkommen zu dieser folge von asphalt 8 die letzte folge hatte viele aufrufe das zeige ich jetzt gerade und ja es gab nicht so viele likes deshalb werde ich in dieser folge eine umfrage machen also die kommt jetzt rechts oben bei mir und ich würde mal sagen dann spielen wir mal ein bisschen weiter ich habe etwas mehr an geld es liegt daran dass ich dieses rennen hier mehrmals gefahren bin und ja ich habe auch inzwischen mir den hier gekauft audi r8 e-tron audi r8 ist mein lieblingsauto aber die farbe gefällt mir nicht so ganz das ist so eine wechselnde farbe orange orange ist meine lieblingsfarbe ja der sieht geil aus und bei tuning 4 gratis also beschleunigen höchsttempo handling nitro der ist leider sehr langsam also werde ich mal nützlich kaufe dein erstes upgrade vier mal dass mich holen so höchsttempo so eine feine rennmaschine irgendwas auf level 5 machen profi kit ja machen wir mal alles du bist auf dem höchsten profi kit level so da gab es eine kurze unterbrechung ich habe das jetzt raus geschnitten und ja ja habe ich schon gemacht getriebe geht nicht aber das hier noch hol dir boxen geht nicht ich kann mir nicht mal die günstigste kaufen die hier dann würde ich mal sagen rennen starten fast rollen 1 erst ja und schon wieder eine unterbrechung ähm ja gut die geht gut 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 Das war's für heute. Und wieder eine Störung. Langsam nervt das echt. Das war's für heute. Ui, ein Roboter. Das war's für heute. Und er ist er geworden. Und nochmal gestört. Na super. Ich bin 15 Sekunden schneller als der zweite. Das ist richtig gut. 851. Ja, mach ich mal kurz. So. Spätestens beim Schneiden wird das eine Riesenarbeit, alles zusammenzuführen. Na ja, egal. So. So. Jetzt noch schnell das zweite Spiel und danach muss ich es schneiden. Ich habe auch weitere Level freigeschaltet durch den Audi A8 e-tron. Ähm. Da kam direkt noch eine Anzeige. Direkt noch eine Werbung hin. Island. Ghost. So. 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 Guys. So. 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 Geez. Untertitelung des ZDF, 2020 Natürlich wieder nicht geschafft, ach man Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Hopla Hopla Ja Ja Gut, geschafft 2,58 Ich hab das Logo auch ein bisschen geändert, um, damit das halt zu meinem neuen Logo passt, hier von meinem Icon, das muss ich auch nochmal ändern Ähm, ja Lasst unbedingt eine Bewertung da Also, wenn es euch gefallen hat Und stimmt auch mal ab, ob ihr mehr wollt, ja Also, tschüss Leute